Mein Name ist Armin Alic, ich bin der Bassist der Henrik-Freischleuder-Band und des Royal Street Orchestra. Heute befassen wir uns mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich damit wie man es anstellt als Bassist weniger zu spielen und damit Platz in der Musik zu schaffen. Oftmals spielen wir einfach drauf los und machen uns gar keine Gedanken über das, was wir so machen. Und da kann es dann sehr schnell passieren, dass man auch zu viel spielt. Und dabei hat man eigentlich die Möglichkeit durch Weglassen von Sachen dafür zu sorgen, dass die anderen Sachen, die in der Musik passieren, mehr zur Geltung kommen. Ich möchte euch das an einem sehr simplen Beispiel präsentieren oder vorführen. Und zwar spielen wir jetzt einen Groove und ich spiele am Anfang die ganze Zeit durch. Dann lasse ich irgendwann die Snaredrums frei und dann versuche ich immer weniger und immer weniger zu machen. Dabei aber trotzdem die Musikalität und den Groove nicht aus den Augen zu verlieren. Bei diesem Prinzip sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das einzige Motto ist, weniger ist es mehr. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis demnächst.